was du hast dir gerade schon wieder deine eier gepackt sorry baby ich habe dir doch schon mal gesagt das ist normal das passiert halt einfach nee finde ich halt nicht dass es normal ist wenn wir zusammen film gucken dass du dir da unten da reingreifen musst das ist normal das macht jeder junge so es passiert einfach okay was ist was so toll daran keine ahnung sag du es mir das ist was anderes könntest du dir vielleicht jetzt kurz die hände waschen gehen warum oh gott okay fass mich bitte jetzt einfach nicht an ja warum ich habe eben geduscht das ist eine ganz normale körperstelle ist dein genitalbereich muss ja einfach nicht sein sagen wir jetzt mal warum sagen wir mal warum du so bist du darfst da halt nicht dran nur ich darf da dran okay